Wie ist der K&M Outlander? Hallo, mein Name ist Jürgen Fleik vom PUC Powersportcenter aus Brühl bei Mannheim. Wir haben hier einen K&M Outlander, wo wir Angel Eyes verbaut haben. Das heißt Standlicht und Blinker in LED und eine QUC-Doppelauspuffanlage. Die Technik ist aus der Formel 3000 gefertigt bei QUC Powersportcenter mit SuperSound und natürlich TÜV. Das heißt Standlicht und Blinker in attributed이 Getschenz fühlen sich auf Flut, wenn gut vier. Was die Basicie ist, beim Internet菜, die und ist fertig. Vielen Dank.